Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu einer Parkway 2 Folge. Ich weiß ja jetzt, dank der Folge 1, die ich ja nachträglich aufnehmen musste, dass wir mit C, also im Fahrzeug, die Fahrzeuge, also dass wir das jetzt wechseln können und so. Also, wenn wir jetzt fahren, so, dass wir dann nach hinten können und pa, 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 und dann wieder rein und dann. So, aber jetzt erstmal gucken, wo müssen wir hin. Was war mein Auftrag, letzte Folge? Wollte ich da hin, da hin, zu dieser Wetterstation? Oh. Oder? Ja, ne? Also zumindest können wir da ja mal gucken gehen. Da müsste mein Fahrzeug sein. Ich glaube, wir fahren da einfach mal hin, oder? Für diesen Ausrufezeichen. Aber hatten wir nicht noch eine Hauptquest? Jemanden finden, der Medikamente besorgen kann. Da müssen wir hin, zu so einem Symbol. Lass mal gucken. Wo haben wir denn so ein Symbol? Also, in der Stadt. Ah, nee, war das nicht hier an Mickys Bar? Oder war das ein Mickys? Ich weiß auch gar nicht. Okay. Weißt du, was wir machen werden? Wir werden jetzt da hingehen. Und danach in die Bar. Also, erst da, dann Bar. Das ist jetzt unser Plan. Guck mal, die sehen mich, ne? Obwohl... Obwohl die ja gar nicht am Gucken sind. Ich habe doch selbst ein Kopfgeld betroffen. Ja, Ladehemmungen. Uiuiui. Hi. Boah, Ladehemmungen. Also, hier rein. Okay, jetzt wechseln hier mit C. Aha. Und jetzt mit C. Zack. Haha. Sehr gut. Das freut mich. So, wo müssen wir jetzt hin? Aussteigen zumindest nicht. Oh, Mann. Fängt schon alles chaotisch an. So, wir wollen jetzt da links über die Brücke. Yes. Einmal hier durch den Fluss. Okay, wer greift schon wieder an? Hä? 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 Vor uns. Vor uns. Haben wir jetzt hier angegriffen? Oder waren die das? Alles sehr merkwürdig. Okay, let's go. Also, wir wollten jetzt über die Brücke. Oh, Mann. Da kommt schon. Da ist auch einer. Da auch. Okay, ich muss mal eben. Aber ich bin ja so froh, dass ich herausgefunden habe, wie man wechselt. Die ganze Zeit müssen wir ja hier nach hinten wechseln. Wir werden ja hier am laufenden Button angegriffen. Button start in die Folge, du. So, erstmal heilen. So. Oh, das kann doch nicht angehen. Guck mal, jetzt muss ich wieder wechseln. Darf ich jetzt bitte endlich fahren? Danke. Danke. Ciao, Canars. So. Nächster rechts. Rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Wattenwetter, Wattenwetter. So, jetzt hier lang, ne? Ja. So, da ist die Wetterstation. Aha. Oh. Die, die einfach neben uns fuhren. Wo werde ich denn jetzt angegriffen? Da. Noch jemand? Da redet zumindest jemand noch. Hä? Hä? Okay, weißt du was? Ich geh da jetzt hin. So, fertig. Junge, Junge, Junge. So, und hier oben ist irgendwo noch ein Cover, ne? Einen diamanten Koffer. Da ist die Leiter. Geht mal her, da. Guck mal, Heilung. Ebenfalls am Start. Ei. Ey. Oh, nein. Schon viel zu abgenutzt. Viel zu abgenutzt schon. Ja, wir sind noch nicht tot. Jetzt muss er aber auch mal tot sein, oder? So, können wir das bedienen? Ja, können wir. Okay, Telefon klingeln. Hallo, hallo. Wir haben dir die Gelegenheit zuzuschlagen. Gehen Sie zu dir auf Ihre Karte markierten Position und eliminieren Sie die Zielperson. Bei Erfolg wird die übliche Bezahlung in Rohdiamanten auf Ihr Konto transferiert. Alles klar. Guck mal, wahrscheinlich müssen wir da sogar hin, ne? Ja, in die Stadt. Super. Nice. Da müssen wir ja so oder so quasi hin. Zumindest in die Richtung müssen wir. So, ich nehme jetzt die Knarre. Äh, Karre. Knarre, Karre. Ist ja egal. Jacke wie Hose. So, wie fahren wir denn da am besten hin? Sag mal. Äh. Puh. Hallo. Äh. Unten lang? Ja, ne? Also hier nach rechts und dann halten wir uns längs. Was ist jetzt denn los? Spiel ist abgestürzt. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, dann bin ich wieder zurück. Ja, keine Ahnung, warum das Spiel abgestürzt ist. Ich will jetzt aber überlegen, ob ich die Aufnahme lösche, weil wir sind wieder hier. Und wir haben die Quest nicht angenommen. Also, es wird hier nichts gespeichert. Aber ich hab mir gedacht, weißt du was, warum soll ich die Aufnahme jetzt löschen? Ist ja egal. Ist ja egal. Ist doch egal. Machen wir das Ganze gleich nochmal. So. Da hinten kommt auch noch einer. Stopp doch einfach wrench. Kommt nicht gleich noch ein Fahrzeug oder so? Ne? Doch da. Kann man da nicht irgendwie den Fass kaputt machen oder so? So, ich hab mir aber hier überlegt, wir lassen die Quest aus. Oder? Na komm, wir fahren einfach hin. Schnappen uns die Quest. Sachen passieren nun mal. Aber keine Ahnung, warum das einfach abgestürzt war. Ja, patsch. Oh, das geht. Einfach überfahren. Oh Gott. Schön sterben. Machen die nicht normalerweise Boom? Ach, da lebt ja noch einer. Wir holen uns die Quest trotzdem. Wegen den Diamanten. Weil wir brauchen ja auch Waffen-Upgrades und so, ne? Und ich mein, das liegt ja eh auf dem Weg zur Kneipe. Also warum nicht einfach machen? Dann, 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 dann. Irgendwie ist trotzdem alles anders, ne? Vorhin waren hier noch alles Leute. Guck mal, den einen Diamanten hier oben kriegen wir ja auch noch. Dankeschön. Für den Diamant. Dankeschön. So, und rufen wir mal wieder bei Muddy an. Muddy, was geht ab? Jaja, Schnauze. So, ist es denn noch? Die Stadt. Ja, ist es immer noch. Okay. Ja, wenn das Spiel jetzt wieder an der Stelle abstürzt, dann ist das Spiel kaputt. Dann ist das Spiel zu alt. Das hatte ich ja bei Torchlight 1 auch, dass das Spiel immer wieder abgestürzt ist, weil das einfach, weiß ich nicht, zu alt ist. Hey. Uiuiuiuiui. Vielleicht liegt das auch am Sturm. Ein ganz schönes Wetter. Pala, hier lang. Pala, pala. Pala, pala. So, im Moment läuft das ja auch auf meinem YouTube-Kanal, oder? Ein bisschen Abwechslung und so ist er jetzt da. Bei einem Fantasy läuft es zwar immer noch nicht. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Irgendjemand werde ich schon treffen, wenn ich so mache. Uiuiuiuiui. Scheiße, Scheiße. Ich muss schnell. Rennen. Scheiße. Oh Mann. Kumpel. Kumpel. Er ist immer für mich da. Erstmal ein besserer Freund. Ich hätte mal hinter das Auto in Deckung gehen sollen, mich heilen und den dann wegballern. Ich habe einfach alles falsch gemacht. Also, ich brenne? Also, ist er tot? Lebst du noch? Hey. Oh nein, Entschuldigung. Entschuldigung. Nein, Scheiße. Nein. Ich habe ihn abgeschossen. Nein. Nein, das wollte ich nicht. Scheiße. Scheiße, ich wollte ihn heilen. Wer? Wer? Scheiße. Was ist jetzt mit meinen Kameraden? Ach, Scheiße. Scheiße. Oh nein, Scheiße. Oh nö. Ach, Kumpel. Ach, Kumpel, steh auf. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ja, spielen euch da an, oder? Kumpel. Kumpel. Scheiße. Ach Mann, Scheiße. Und noch mal, das dritte Mal. Mann, so eine Scheiße. Und da sind wir schon. Hallo und herzlich willkommen. Blablabla. Falkoi 2 hier. Hui. 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 So, direkt hier hinten rauf. Ah, nicht alle tot. Da oben ist auch noch einer. Keine Ahnung, ob ich ihn auch treffe. Keine Ahnung. Die kommt ja auch noch. Alles wie gehabt. Ich seh nix mehr durch den ganzen Quallen. Und da muss er ja gleich noch in Auto kommen, glaub ich, ne? Guck mal, der rennt hier immer noch rum. Treff ich den überhaupt? Und treff ich den? Zieh nix. Nee. Hey, hey, hey. Hä? Alter, das ist Blech. Ich dachte, er ist da ein bisschen Vogel. Keine Ahnung, ob ich überhaupt so weit schießen kann. So, dann holen wir uns die Quasse halt nochmal. Nee, diesmal fahre ich nicht gegen den unsterblichen Busch. Nee, das ist mein Freundchen. So, Abkürzung hier. Jawohl. Keine Zeit. Tschüssi machen wir hier. Oh nein, mein Auto kein. Alles zum dritten Mal. Oh Mann, ich wollte ihn heilen. Ehrlich. Und dann statt E, weil da war ja diese Hand. Und statt E hab ich den linken Maustaste gemacht. Ja, wegen heilen halt. Benutzen so, ne? Ja, und stattdessen schießt er natürlich. Weil linke Maustaste ist natürlich schießen. Naja. So, dann fahren wir jetzt mal für die Stadt. Mal gucken, ob wir diesmal ankommen. Dann schießt er auf mich. Geh mir nicht auf den Sack. Wieso qualm ich denn schon? Also normalerweise muss er tot sein. Ich hoffe, er ist es auch. So, ich muss jetzt hier meine Karre reparieren. Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack gehen, ja. Und jetzt go. Und mach doch mal den Scheinwischer an. Guck dir doch mal das Wetter an. Rechts drin. Warum habe ich mich überhaupt beim Lager vorhin angehalten? Weil ich unbedingt töten wollte. Das hat ja nicht mal in meinen Dingsen geblinkt, oder? Dass da ein Diamant ist. Ich meine gut, wenn da ein Diamant ist, dann muss ich ihn natürlich anhalten. Aber ich wollte unbedingt töten. Guck mal, hier blinkt ja nicht mal was. Und die fahren sowieso bestimmt mit Autos hinterher, ne? Ich glaube ja auch. Am heilen. Ja, komm her. Angetroffen? Ist er jetzt ausgestiegen? Sehr nix. Oh nein, die Karre knapp... Also meine Knapp... Hey du. Meine Karre hält auch nichts aus. Einmal gegengeschissen, brennt die schon. Aber jetzt kommen wir ja durch. Und jetzt steht noch mal das Spiel am besten. Jetzt sind wir in der Stadt. So, einmal nachladen. Mike's Bar. Genau, Mike heißt er. Nicht Micky. Was denn? Hä? Ich hab nichts gemacht. Okay, du auch nicht. Was willst du, hä? Hä? Ich muss ja erstmal gucken, wo muss ich denn jetzt hier hin? Ah, guck mal, da ist der Untergrund. Da ist dieses Tempul. Da müssen wir doch nicht zum... Ey. Müssen wir doch nicht zum Mike. Wir müssen einfach nur da hin. Im Untergrund. Auf dem Weg war nicht eingefallenes. In Namibia war der Busch mit russischen Minen aus dem Zeug gepflastert. Im Scheißteil hast du erst gelegt, wenn sie dir die Wanken fristen. So, hier muss er jetzt sein. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Wie viele Diamanten habe ich denn dafür jetzt gekriegt? Ich hoffe, die kommen. Lust zu töten. Kann ich eigentlich nachgucken, wie viele Diamanten wir jetzt haben? Los. Mach weg. Du hast keine Ahnung, du hast mich nicht erwischt. Du weißt, warum? Weil ich dein schlimmster Albtraum bin. Dein aller schlimmster Albtraum. Rede denn hier noch? Ich weiß, wo du bist. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Wo bist du, Mann? Ich sehe dich. Wo bist du? Ja, ich sehe dich auch. Also, ich sehe dich nicht. Ich höre dich. Und da. Oh, warte, Ladehemmungen. Ladehemmungen. Weil wenn ich die töte, dann müsste das ja, hier, da steht ja, plieren oder werden sie Angreifer los. Wenn ich die Angreifer los werde. Ich werde den Angreifer verloren. Wieso funktionieren meine Pfeile nicht? Hä? Das sind ja Explosionspfeile, oder nicht? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Das heißt, es war an, oder was? Komm, ich laufe noch ein bisschen in die Richtung hier. Die reden, als wären sie immer neben mir, aber hier ist keine einzige Sau. Ist das ätzend. Hassen die mich jetzt noch, oder nicht? Hey. Was ist das? Was stehst du denn noch auf mich? Warum? Hey, ich habe nichts gemacht. Also, die tun mir nichts. Was stehst du denn da auf mich? Wer ist es denn? Guck mal, die tun mir ja auch alle hier nichts. Oh, schau. Alle. Machen wir da. Am Glück tun sie mir jetzt hier alle nichts. Ätzend gerade. Meine Knarre. Ey, die schmeiße ich auf den Schrott, ey. Alles cool. Alles cool, ne? Cool. Ich dachte, der greift mich an. Entschuldigung. Ich habe gedacht, der greift mich an. Oh, wo, wo, wo. Hier oder nicht? Bin ich hier irgendwo hingeflüchtet? In your face, bitch. In your face, bitch. Kanade. Wir haben keine Lust zu sterben. Da dreht einer richtig durch. Hey, hey, hey. Wer hat hier so krass geschossen? Vor allem, wie viele sind denn das noch? Oh. Aber jetzt war es sich auch lieber ab. Ich glaube, ich schnelle an. Meine Munition habe ich genug, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das nimmt gar kein Ende. Wo ich so viel getötet habe. Wenn nicht nachgeladen. Lass mich mal lieber nachladen, hier. Ja, da und da ist noch einer. Hey. Hä? Machen die keinen Boom? Doch. Der macht den Boom. Oh. Ich muss mich heilen. Sehe ich ja jetzt erst. Ich habe da so eine Kugel im Bein. Ja. Ich muss mich nochmal heilen sogar. Ja, warte doch. Oh, ich sagte, ich muss mich heilen. Oh. Das nimmt kein Ende, du. Das sage ich euch. Das nimmt kein Ende. Oh nein. Mein Gott, du. Das ist nur kein... Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss hier erstmal ausbrennen. Oh. Scheiße, bin ich jetzt tot? Oh Mann. Kann er mich überhaupt retten aus dem Wasser? Ja, kann auch. Aber guck mal, ich habe da drinnen schon so viele getötet und wir haben jetzt eben gerade so viele getötet. Ja, ich merke das schon. Das fängt nämlich gar nicht auf bei denen. Wenn sie die Angreifer los, wie werde ich die denn los? Nee, falsche Richtung. Komm, ich fahre mal eben weg und dann müsste es ja eigentlich reichen, oder? Ach so, sie sind sicher entkommen. Okay, ich bin schon entkommen. Wieder zurück. Wieder zurück. Zurück nach Haus. Wieder da. Mama, Mama. Ich bin da. Tra la la. Here we go. So, jetzt wollen wir zum Untergrund. Ich weiß nicht mal, wie viele Diamanten mir das jetzt eingebracht hat, weil ich so viel Stress hier hatte. Untergrund, ich komme. So, wo muss ich da hin? Da la. Das heißt, hinter den Zaun. Das heißt, erst mal in den Zaun rein. Das heißt, hier. Ja. No. Hier. Hä? Muss ich gleich hier irgendwo reingehen, oder nicht? Jetzt doof. Bin ich den jetzt total verblüdet oder verblüdet? Hier, oder nicht? Na jo, was geht auch? Die Malaria macht ihn zu schaffen. Wir haben gerade keine Medikamente. Reden Sie mit einem Bekannten von mir eine halbe Meile südlich der Mokuba-Barackenstadt. Ein Bestatter. Es ist auf Ihrer Karte. Das ist klar. Lieblich von Marabula-Balla-Balla. Soll ich denn jetzt wissen, wo Marabula-Balla ist? Ich dachte, ich soll mit euch reden. Er ist ein guter Mann. Er gibt mir die Medikamente, die Sie brauchen, aber Sie müssen etwas für ihn tun. Bringen Sie ihm diese Reisepapiere. Dafür werden wir Ihnen beide dankbar sein. Okay. Da hinten ist Marabula-Balla. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss hier erstmal... Oh, geil. Das tut gut. Also die Medikamente, nee. Nee, du da. So, was haben wir da? Sonst haben wir ja nichts. Der hätte noch eine Quest für uns. Vielleicht liegt die auf dem Weg. Wir können mal hingehen. Mal gucken. Gucken, was er zu sagen hat. Oder? Aber ich weiß nicht. Ach, kommt Scheiß drauf. Halt. Ich brauche Ihre Waffen, Mann. Aha. Willst du mir auch zwischen die Arschbacken gucken? Da stecke ich am liebsten Granaten. Erstmal speigern. Keine Lust wieder alles von vorne zu machen. Oh, schaut mich an. Ich bin im Rotlicht. Also ich höre, wenn ich hier so bin, höre ich, dass die von links kommen. Und die sind oben. Ist das eine Sound? Warte mal, ist das ein Soundfehler oder so? Option, Option, Sound. Tja, habe ich ja super Möglichkeiten. Ich kann leiser, lauter machen. Und an und aus. Kann aber nicht einstellen, wie ich um wohnen warst. Guck mal, ich habe gar kein Fahrenkreuz. Naja, ist halt Teil 2, ne? Ist das meine Geheimwaffe? Hi, was geht ab? Wollt ihr einen Job? Wir hätten einen. Danke mal, Herr. Dicker! Ein Dicker? Danke mal, Herr. Ja, die Akte. Es ist ganz einfach. Gehen Sie zu den Gleisen und zerstören Sie die Erdgasvergons. Danke, wer? 15 Diamanten. Stimmt, die kriegt man ja im Voraus, ne? Boah, da sitzt er ganz hinten. Ne, wir gehen erstmal nach unten. Also, nach gelb. Wenn wir da sind, dann können wir ja mit dem Bus da oben hin. Und dann sind wir ja quasi in der Nähe. Das wäre möglich. Obwohl, warte mal. Entschuldigung. Ich liebe Karten. Ich könnte auch erst da hinten hingehen. Oh, warte, Telefon. Ja, Mama. Ah, ich bin's, Warren. Wir treffen uns östlich des Bahnhofs. Mhm. Wir könnten natürlich doch erst nach oben gehen. Nämlich. Guck mal. Ich habe jetzt voll den Plan. Ich habe einen Plan. Hören wir zu. Wir können da oben hingehen, das fertig machen. Dann mit der Bushaltestelle da hinfahren. Und dann können wir da hin. Klingt nach dem Plan, oder? Ich glaube, so machen wir das auch. Also, verlasse ich jetzt die Stadt. Dann verlasse ich die Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir das alles fertig. Diese Folge war halt ein bisschen ein chaotisches Scherz, weil, ja, das Spiel abgestürzt. Mein Kopf ist abgestürzt, dadurch, dass ich... Wir fahren hier auch mit so einem VW-Polo. Wann will ich da überhaupt hin? Ja, der Weg ist richtig, ne? Ja. Alles gut? Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und dann... Bis dahin. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.